Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's play Transport Fever hier in Staffel 3 Wir sind dabei und wir gucken gerade mal Und zwar hier sehen wir 30 Baumaterial Das ist super, weil der kann 50 tragen Das heißt wir nutzen dieses Schiff auch besser aus Ihr seht schon, der verdient mal ein Jahr lang nichts Dann verdient er mal wieder ordentlich Das mittelt sich dann So, dass die sich jetzt hier hinterher fahren Ist natürlich eine dumme Geschichte Wir könnten hier das Ding abreißen Und gegen eine etwas größere Linie austauschen Damit die Busse nämlich mittig fahren können Damit die Trams an den Bussen vorbeikommen Weil so fahren die sich halt auch ewig hinterher Weil die Busse einfach langsamer sind Wir sehen hier zum Beispiel, das ist der Peak der Blödsinnigkeit Hier fahren zwei von acht Das wird sich irgendwann rausmitteln Weil die Trams einfach besser sind Ich weiß nicht, ob es hier klappt Hier können wir es mal ein bisschen beobachten Aber die fahren hier auch nicht mittig Die fahren hier wirklich den Machen hier wirklich den Den Hals zu Äh So Gucken wir mal Hier sollte ja gleich mal ein Zug ankommen Und ich hoffe wir kriegen dann halt wirklich auch mal ein paar mehr Leute hier raus Also 18 dürfen es nicht sein Sind wir ehrlich 30, 40 wäre okay 50 wären auch toll Aber Ja so was in die Richtung Gucken wir mal Der kann 70 Das heißt so 35 rum Auf jeden Fall Dann sind wir da gut dabei Immer die Hälfte von so einem Zug ist ein guter Richtwert Damit man merkt, ob der ein Plus fährt Aber das sollte jetzt besser werden Wie gesagt Hier wollen auch viele jetzt eben schon dann mit der Tram fahren Passt mir ganz gut Optisch gesehen ins Konzept Und wir kriegen hier hoffentlich mal diesen Stau weg Weil hier waren unfassbar viele Leute rumstehen Und die sind halt voll Da kannst du auch nichts anfangen damit Jetzt müssten wir uns überlegen Was wir hier tun Wir könnten Eine 8 rausbauen So rum Ja es schaut nicht so geil aus Die Tram als Konzept nehmen Brauchen wir hier vielleicht noch eine Haltestelle Die müssten anders fahren Ganz kurzer Checkup Wie schnell ist so eine Tram? 40 kmh Wir bräuchten also hier Busse, die auch 40 kmh schaffen 20, 35 Der hier, der Orion, wäre der schnellste Den wir so im Angebot hätten Der wäre nicht ganz so lahmarschig Hinten und untenrum quasi Was haben wir dann? 4-7 gegen 3 Ja das passt Dann machen wir hier einen Orion drauf Machen wir einen Update drauf Dann fahren die sich nicht mehr 100 Mal hintereinander her Außerdem muss ich sagen Schauen die Dinger halt auch echt super aus So mal ganz kurz hier einen Halt machen Ein Foto Täglich neues Tagblatt aus ihrer Region Mensch Schöne Dinger Schöne Dinger gefallen mir gut Ja genau Meine Lieben Wenn ihr Modvorschläge habt Was unbedingt in dieses Let's Play rein muss Dann empfehle ich euch das ZwergTube.de Forum Ja da werde ich jetzt wahrscheinlich die Tage Schon einen Artikel aufmachen Und zwar Modvorschläge Staffel 3 Also Transport Fever Modvorschläge Findet ihr unter der Rubrik Aktuelle Let's Plays Dort könnt ihr einfach mal reingucken Und wenn ihr einen geilen Mod von Transport Fever Net Oder aber vom Steam Workshop habt Wo ihr sagt Dieses Modell Diese Marke Diesen Zug Was auch immer Möchte ich unbedingt im Let's Play sehen Dann meine Lieben Ist das euer Ding Ja Hier könnt ihr eure Vorschläge reintun Bitte nicht in die YouTube Kommentare reinschreiben Denn das wird von diesem Spam Filter Als Link erkannt Was ja auch ist Und wird sofort weggecashed Ja Bitte nicht hier drunter reinschreiben Sondern bitte auf ZwergTube.de Ähm Es ist einfach besser Auch übersichtlicher Und ich kann dann auch eben drunter kommentieren Den Mod nehme ich Den Mod nehme ich nicht Ja Ähm Diese Zitate kann ich drunter basteln Wenn es nicht jetzt 1000 Nachrichten sind Aber ansonsten werde ich mir die langsam aber sicher durchgucken Und vielleicht kommt der ein oder andere Mod von euch Dann auch dann ins Let's Play mit rein Wenn er kompatibel ist mit dem Spielstand Das werden wir sehen Jetzt haben wir jetzt hier 36 Es wird mittlerweile echt viel besser Finanzen Ja Der macht auch schon einen guten Deal Momentan ein bisschen im Minus Sollten wir gleich haben Die sind gut im Plus jetzt schon 20 Millionen Locker flockig Ja Die 1000 im Minus Das ist okay Wie gesagt Die sind jetzt auch deutlich schneller Da sollten die Tram Sich nicht so arg hintereinander herfahren 5 kmh Unterschied Geht schon mal Yes Gut Nämlich Ist gekauft Ja Hier haben wir es mal wieder Ja Ihr seht schon Die knapp dran Die Stelle hier müssen wir mal neu bauen Aber das machen wir heute noch nicht Wenn wir richtig Schotter haben Irgendwann So Jetzt gucken wir mal schnell Die haben sich jetzt neu getaktet Tram auf 80 Busse auf zu Deutlich zu viel Da verkaufen wir mal 2 Auch wenn die voll beladen sind Ich weiß Na Machen wir mal 3 weg 60er Takt Ist auf jeden Fall zu halten Oder ein bisschen drüber raus Jetzt ist gut Dafür mindestens eine Tram mehr da drauf Jo Ist ok So Der Zug ist jetzt los mit Fast 50 Perfekt Das heißt diese Züge sollten jetzt Diese Linie allgemein Sollte jetzt dann deutlich ins Plus wandern Die haben nämlich jetzt diesen Dreh raus Die finden das jetzt geil Gucken wir mal Kreilsheim selber Wächst schon ganz hervorragend Wenn wir jetzt raus wollen Mit einem riesen Bahnhof Müssten wir eventuell dann später mal was abreißen Das tut uns nicht weh Bei unserem Geld Das kannst du auch Einen ganzen Straßenzug mal wegreißen Das fällt gar nicht weiter ins Gewicht Hier sehen wir allerdings noch eine andere Geschichte Hier wartet immer noch 60 Sprit Und das meine Lieben Das ist so eine Sache Wir haben momentan noch kein schöneres Neueres Fahrzeug Für Gütertransporte Um das hier rumzuschieben Was wir tun könnten Ist hier einen Spritzug einzurichten Der vielleicht hier endet Und hier rüber fährt Einen Transportzug Wenn man so möchte Der nichts anderes macht Als einmal Sprit Und ich glaube Einmal Stein zu nehmen Und hier nach Kreilsheim zu liefern Das würde interessant werden Weil der Hafen Das nämlich auch gerne futtert Das könnte man mal machen Wir haben genug Geld dafür Ich möchte mal hier einen 160er Zug einbauen Der soll sich auch ein bisschen Kopfbahnhof bitte 160 passt mir Eingleisig Können wir zweigleisig machen Wobei eingleisig Sollte eigentlich aus Ja, machen wir zweigleisig Boah, das ist aber ganz schön knapp hier alles Boah, warte mal Hier wäre es gut Aber ob das noch reicht Da müssen wir vielleicht mal vorher eine kleine Planierungsaktion machen Gleich mal hier mal ein bisschen an Das ist immer noch von den Höhenlinien her viel zu heftig Könnten hier mal ein bisschen anpassen Jetzt baue ich mal Höhenlinien Jetzt baue ich mal Höhenlinien Wenn ich jetzt hier ein Zug hin Äh, ein Gleischen baue Ein Kopfbahnhof Geht sich das aus? Jetzt probieren wir es mal aus Ich meine, könnt ihr so bauen Aber das geht natürlich niemals hin Jo, der ist drin Außerdem schaut es ziemlich cool aus Ist hier nochmal hübscher So Ist das jetzt Habe ich jetzt einen richtigen Bahnhof gebaut? Nein Bin aber heute auch Schwierig unterwegs Jetzt ist der richtige Dachte mir schon Das schaut so nach Personenzug aus Jetzt pass auf Und das wird jetzt extrem anstrengend Hier eine Lok rüber zu bekommen Jetzt gucken wir mal schnell Wo ist der Ansatzpunkt Hier oben wäre Das heißt, wir bauen jetzt hier mal Einen anderen Kopfbahnhof hin In die andere Richtung Hier wäre es okay Machen wir auch Später wird das geil werden Weil das dann in die Stadt Integriert wird Später habt ihr dann hier Einen Wie soll ich sagen Einen Bahnhof Einen Transportbahnhof Innerhalb der City Was ziemlich cool ist Weil dann wird das nämlich Die Stadt wird hier außenrum wachsen Und dann fährt der Zug quasi in der Stadt ein Was ich auch extrem cool finde So Jetzt pass auf Jetzt machen wir hier Hunderter Gleise rein Probieren wir es mal Wenn wir dann jetzt automatisch bauen würden Was da draus wird Acht Millionen kostet uns der Spaß Wenn man richtig aufbauen kostet uns 10 Millionen Das heißt Dieses Bauprojekt ist schon extrem Wäre jetzt Wenn man jetzt sagen würde Wir wollen hier wirklich die möglichst geringste Steigung haben Dass die Züge Gerade Güterzüge Die ja beim Anfahren sich immer schwer tun Dass die hier wirklich 1a durchkommen Weil er fast keine Steigung hier drauf hat Hier am Anfang ein bisschen Und er hat nur ganz minimale Steigung nach oben wärts Könnte man machen Schaut aber daher blöd aus In diesem Let's Play will ich ja wirklich auch ein bisschen gucken Dass wir das auch ein bisschen hübscher hinbekommen Und deswegen werde ich jetzt folgendes machen Wir könnten jetzt natürlich auch sagen Wir wollen hier wirklich Gerade bauen Bringt uns natürlich nichts Kostet einen Haufen Geld Machen wir automatisch So wir gehen jetzt hier mit einer Spur raus Die dürfe auch ein bisschen langsamer sein Dann gehen wir hier rüber Und jetzt nehmen wir Da bewusst noch mal ein bisschen weniger Steigung auf uns Muss mal gucken Da kommt er Und dann gehen wir jetzt hier 1a gerade rein Muss mal ganz kurz gucken Das ist der Äußere Das heißt der muss auch auf den Äußeren Damit wir hier So Und dann nehmen wir den hier entgegen Hat jetzt natürlich auch deutlich mehr Weniger Geld gekostet Ist ja klar So Da ist die Steigung zu groß Wobei ich hier tatsächlich Ein anderes Gleis drüber bräuchte Und dann bauen wir jetzt folgendes Und dann bauen wir jetzt folgendes Ich bin schon so gehypt Was das jetzt hier gibt Fahrtsignal Das ist der Klassiker oder? Ja Ich glaube So Jetzt pass auf Jetzt machen wir hier noch einen hin Ah nein Anders Ich habe eine Idee Wir machen jetzt hier zwei Signale Ausfahrtsignale hin Kriegen wir die dann noch unter? Hier könnte man eins hinbauen Aber hier kriegen wir keins rein Das ist ein Millimeter zu nah dran Okay Kein Problem Lernen und Arbeiten Immer dasselbe So Ist das jetzt in die richtige Richtung? Ja Und zwar Hat das nämlich den Hintergrund Sobald der Zug Das Ding hier passiert hat Ja Gibt der Quasi diesen Block frei Wenn der durch ist Ich probiere da mal Gerade ein bisschen aus Was experimentell ist Wenn es nicht klappt Klappt es nicht Dann drehen wir die Züge um Dann reißen wir das anders hin Aber das soll auch Das gleiche Prozedere Versuche ich jetzt auch hier aufzubauen Um die Taktzeiten runter zu bekommen Ich will nicht dass das so 100 Jahre dauert Bis wir hier mal wirklich einen Takt haben Dann können wir das nämlich auch schön Über die Signale regeln Dann gibt der nämlich den Bahnhof Deutlich früher frei Ich probiere das jetzt mal Und dann brauchen wir hier auf jeden Fall Nochmal Diverse Fahrtsignale Wenn hier wirklich Später mal mehr Fahrzeug drüber soll Dann brauchen wir hier auf jeden Fall mehr Luft Gut So müsste es passen Und jetzt machen wir folgendes Und zwar Relativ easy peasy Von hier rauswärts Und von hier rauswärts Na das war jetzt zu weit gedacht Oder zu wenig weit Je nachdem Hier müsste es aber passen Da passt es Hier war die Krümmung nicht Okay Gut macht nix Ähm Den kann man nicht verändern Den kann man verändern In der Doppelkreuzungsweiche Den hier nicht Der ist zu steil Okay Kein Problem So müsste es aber hinhauen Äh Was war das? Ach cool Wie gesagt Lernen und arbeiten Wir gucken Der ist auch noch zu steil Gehen wir weiter von vorne raus So müsste es hinhauen Ja Es ist nämlich wichtig Dass der hier auch wechseln kann Für den Fall Dass wir mal einen Zug Im Bredouille haben So Jetzt geht der hier weiter Der kommt hier auch noch drauf Das ist ja wirklich Nur ein Verbindungsweg Ähnlich wie der hier drüben Den wir hier bauen Könnte man mit einem Ewig langen Tunnel arbeiten Finde ich gar nicht mal so hässlich Auch ein alter Tunnel Da kann man mal entzücken So Machen wir das mal so 1,7 Millionen Wie gesagt Kostet uns nicht die Welt Und jetzt bauen wir hier Das gleiche nochmal Deswegen sind auch Zwischensignale Relativ interessant Das schaut jetzt ein bisschen aus Wie Kraut und Rüben Ja Genau das wollte ich nicht Aber es macht nichts Ist ja alles nur eine Frage der Sekunde So Und dann gehen wir halt von hier raus Und lassen das da drauf verbinden Da keine Doppeln Die müssen hier nicht wechseln können Das ist mir egal Meine Lieben Wie es weitergeht mit dieser Route Das erfahrt ihr da draußen Selbstverständlich in der nächsten Folge Wenn ihr Lust habt Ich baue hier nochmal ganz kurz was um Weil das mir einfach optisch nicht gut gefallen hat Das können wir nämlich schön flach machen Dann schaut das nämlich auch viel besser aus Dann nochmal ein kurzes Finish drüber Und dann ist die Sache eigentlich auch schon Fast schon hübscher Wie gesagt Da haben wir ja relativ viel auch gewurschtelt Und dann ist dieses Netz hier Auch locker am Hauptnetz dran Ja Und wir können von hier hinten Wieder einen Zug holen Dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Habt eine tolle Zeit Lasst es euch gut gehen Euer Zwerg Auf Zwergtube Ciao Ciao